Game Keys Game Cards Gold und Credits MMOGA Dein Gaming Spezialist mit Kampfpreisen Das sind einige nette Autos Komm den Okay so ein großes ist ja ganz cool Mark was machst du da hinten Moini YOLO YOLO Anscheinend Kannst du mit dem Ding umgehen Nein Ah Du aber auch nicht Muss nochmal ein Sichtfeld sehen Ah feindliche Soldaten Fahr mal hier unten rein Ah Was ist Das rammt jemand Fahr weg Fahr weg Geht nicht Bin ausgestiegen Na Wo Mit dem Scharfschützengewehr Ja Hast du mal gesehen Dass es nicht der Typ ist Alter What the fuck Ey wir spawnen aber auch anders hier mit Steig Was Ich bin jetzt ein Dings Äh ein Teammate gespawnt Alter Junge Steig aber nicht aus Ja Ja ich wollte Ich habe einen Raketenwerfer dabei Ich wollte ihn damit auslöschen Ja und ich habe ein großes Geschütz Was ist jetzt wo Hilfreiche Weiß nicht Ich habe in Physik nicht aufgepasst Kann ich das Ding hier nicht benutzen Kann ich das Ding hier nicht benutzen Ah Ja genau Was hat mich jetzt der gekillt Alter Unmöglich Ich Braucht die Javelin Bist n' du Yeah Kann die in den Rücken schießen Mark Hm Der C kann sich die Ansicht wechseln Das weiß ja Genau Fahr langsam da dran Genau Alter Hat das wieder mal geruckelt hier Klar Das da uns umbringt Schon klar oder Bist n' du bist im Auto Da Bobbycar Ich und meine Raketenwerfer gehen Spartiern Sieh sexy aus so von hinten Wenn die ganze Zeit so büxt Genau Fahr die Wand ein Baum ein Baum ein Baum ja Tu Baum Tu den Bäumen Sind unwürdig Kamehameha Alter die Sonde Splendet mich Vorsicht nicht so schnell Du rammst schon immer alles Da ist ein Helikopter 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 Ja Schön Ich habe Sichtkontakt zu einem feindlichen Scharfschützen Südlich deiner Position Wir haben Einsatzziel Eko neutralisiert Da man Ich habe den Panzer getroffen Schon wieder Alter wie gut bin ich denn hier Und der war daneben Und der war daneben Aber dieses Spiel hat doch eine gute Physik Alter welcher Krüppel schießt es hier auf mich Ich weiß mal eine Medikette Mark Da liegt eins Dankeschön Das bräuchte Raketen Du weißt was Da ist ein feindlicher Helikopter Wendlich deiner Position Machen wir es anders Wow Für die Revolution Alter wieso Kamikaze Vier Gesundheit hatte er noch Vier Klar Vier Gesundheit Na Ich habe den Helikopter noch geklaut Mark oder? Bin nach oben Habt auf die ersten Geschosse Und bin runtergeklappt Das überlebt oder? Jetzt ist dir sein Zielkamerad aus dem Panzer ausgestiegen Ich liege auf dem Boden Und schieße den einfach voll in den Rücken rein Und der andere checkt es erst später Wo ist ein Helikopter? Lass mal den Punkt einnehmen Fahr doch nicht weg Glaub ich ist ein Punkt Ja ja Das siehst du doch unten Ich kann nicht lesen Komm 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 Fuck So knapp Ne Knapp vorbei ist auch daneben Ich weiß Hier ist ein Bobbycar Da hast du auch Bobbycar Bobbycar Nee Muller Bobbycar auf Duuuum Mh Messer dich mal von hinten Das geht nicht Wie hätten sie ihre Rakete Nicht geschüttelt, nur gerührt Er ist Baumstamm Da ist Planke Plankton Baumstamm es hört sich das an, wenn man gegen deinen Kopf knallt oh, hallo Fragteil hallo da liegt ein Toder das ist ein feindlicher Scharfschütze eh, jetzt mal du würdest nicht so reinpreschen der ist noch laune so hoch hier wow Alter, der ist hier mit dem Bobbycar hier hochgedüst ey Alter wir haben die Kontrolle über Einsatz des Spielcharges kann doch sein, dass wir gerade die Flagge einnehmen mein Gott sind wir cool fick dich Gegner, und Tod ist er ich habe mit der Rakete erwischt und äh ja, natürlich leck mich doch im Arsch wo ist der? da unten im Haus eben vor dir direkt ich spawne gleich bei dir wenn er mich mal lässt Alter ey, Lebra ah, da vorne ist er Headshot wirklich? na klar oh im anderen Haus er läuft die Treppe runter er läuft die Treppe runter und jetzt rechts von dir unten ha 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 das war denn wir spawnen, oder nicht? ähm, nein das ist irgendwie der falsche Kerl, bei dem ich gerade gespawnt bin das ist egal er hat überlebt er hat voll in den Rücken geschossen, die Furze ich komme zu dir nein, ich bin in den Rücken geschossen du schon wieder, du Banane wir wollen dir was freischalten für meinen SG bist denn du da ja Ball Wenn ich jemanden getroffen hätte Das ist falsch! Ich bin hier am schießen hinter dir war einer oh das war gemein dieser verdammten Versorger Bist du Oben, tot. Ich bin geteilt. Oh man, ich wollte die Klasse wechseln und dich heilen, aber... Kannst du bei mir spawnen? Ah, hauer. Irgendwann einen Namen anklicken. Alter. Achma, achma, achma. Ah. Du weißt jetzt schon, dass man ja auch von vorne messern kann und der Gegner bei Kontern kann, hm? Nein, muss ich nicht. Jetzt schon. Wenn er dann konnte, dann muss er irgendwie F-Hämmern wie Mira. Ja, wieder von hinten. Ja, ich habe schon gesehen. Was? Ich habe einen Raketenwerfer getroffen! Ja, habe ich gesehen. Oh, bam! Pfeifinger, Death-Rakete! What the fuck, Alter! Ein bisschen Lebenspunkte kannst du mir gerne schon vertragen hier. Wow, wow, wow! Oh! Kein Dings mehr. Mit Kuh kannst du markieren, Gegner, falls jemanden siehst. Oh, Panzer muss repariert werden. Reparieren! Lass dich reparieren, das ist so. Oh, ja! Ja! Ja, komm her! Wird dich ganz herrtig anfassen! Ey, du Naab! Ja! Das ist ein Bobbycar, aber ich habe keine Munition. Ja, wir sollten mal irgendwie einen Bobbycar oder so mitnehmen. Ich habe keine Munition hier dabei. Da. Einfach Richtung E laufen. Mh. Ey! Wow! Du warst es aber eilig! Der ist gerade eine Granate hinterher geflogen. Ich habe es gesehen! Wow! Ich habe den ganzen direkten Weg, das ist nicht so der beste Weg. Die Leute, die haben eine Präzision in den Waffen, du siehst. Ja, in MTA, klar. Oh, nur, wie siehst du es so gut? Naja. Okay. Ich könnte mal eine Mini wieder mal nehmen hier. Ja, das ist gar nicht cool. Bitter. Herbst. Okay. Spawnen beim Dings. Ich spawne da unten bei D in den Squad da rein. Das ist aber nachspawn. Einlicher Panzerwagen. Nördlich deiner Position! Ah, jetzt habe ich wenigstens Kämme und Korn. Wir könnten in den Dings einsteigen, Marc. Hm? Hier, Squad. Quad, nicht Squad. Ja, stecker an. Hä? Einsätze für Alpha wurde erobert. Wohin? Da, wo es Gegner hat. F*** nicht Alter, wie der Kerl mich getroffen hat wieder Alter, die haben ja gar keinen Rückschluss, ey! Ich war auch wieder die M-Tag, glaub ich Spawnstone Spawn. und unten Und das in der Luft, uh! Du! Oh, der Stöße ist das Ding zu sein! Bäm! Ja, ja, das kann mit der Zeit passieren Mit der Zeit oder bewusst? Ich habe bewusst sogar, das kann es auslösen Das sei jetzt geil da Es gibt ja auch mehreren Karten und sowas Westlich von dir scheint ein feindlicher Scharfschütze zu sein! Alter, ich halte mit dem Sturmgewehr auf ihn drauf Und er benutzt eine Pistole Wollt ihr mich verarschen? Haha! Vorsicht, da ist ein feindlicher Panzer Ich weiß nicht, ob noch... Da unten ist er ein Soldat! Ich habe einen feindlichen Scharfschütze, genau wesentlich deine aktuellen Stellung gewichtet! Vorsicht, Granate! Und! Der ist raus! Die Endzeit ist wirklich fucking stark! Das sind jetzt sehr viele Gegner! Ja, ich sehe es! Schade! Alter! Von welcher Distanz aus sie schießen! Klar! Und der kommt mir entgegen! So ein krass, ey! So ein 4er Squad wäre nice, ne? Mhm! Also es ist unlogisch, war er jetzt grad? Ne Menge! Ne! Es hatte geheißen, Commander ist offline per Satz, oder? Aber ich stehe eben dann... Oh, mir steht online! Ja, ja! Ich dachte schon, ich habe es falsch verstanden! Ah, da bist du ja! Da vorne! Da haben sie sich weggepreselt, hä? Mhm! Ja! Da ist das aktuelle Einsatzziel! Ah, Vorsicht! Ich war um die Ecke! Für mich war es auch nicht mehr um die Ecke! Hm? Für mich war es auch nicht mehr um die Ecke! Ja, klar, Alter! Ja! Das Problem ist, das Spiel ist mittlerweile wie ein Rollenspiel! Ja! Entweder du hast das Equipment oder du hast es nicht! Wir haben es nicht! Ich habe es schon! Na! Bist du komplett hoch gespielt? Was hat das damit zu tun? Du brauchst die Waffen, die Ausrüstung für die Waffen, musst du mit der Waffen freispielen! Das Level-Up-System hat ja gar keinen Sinn mehr! Du musst die maximal, du musst die Waffen benutzen, damit du mit denen auch was freispielst! Und nichts hat damit zu tun, dass du jetzt mit Level-Up irgendwas... Ah, verdammt! Ja, verdammt! Das hat mich gefickt, ey! Ja, verdammt! Das hat mich gefickt, ey! Wow! Ich schmeiße eine Granate! Ja! Ja, der unten dran killt mich! Alter, der ist so ein Karabiner, ey! Präsisionsgewehr! Vorsicht da am Fenster! Es gibt ja nur Versorgersoldanen, es ist möglich! Hm... Nein, Versorgersoldanen? Ja! Der macht sie weg! gegen Wuhu! Da unten über den Spawn! Was?! Wie kann der Panzer mich von da hinten treffen, Alter? Ehrlich, ey! Komm, lass mich spawnen! Ja, er hat nur Schaden gemacht! Vorsicht, da ist er! Na, hast du ihn noch? Beide! Mhm! Ey, die Ämter ist mehr... Wo war der jetzt, bitteschön? Da hab ich hier mal abgeklar, du? Anscheinend... Oh, die Treppe! Treppe hoch, Mark! Ja, klar! Was?! LOL! Eine Rakete voll auf ihn drauf! Hm... Weißt du, wieso überlebt man das? Check ihn nicht! Check ihn nicht! Warum überlebt man einen Raketenwerfer? Da stirb, du Wichse! Da unten! Da stirb, du Wichse! Da unten! Oh! Hat sich getöpft, hä? Alter, ey! Du kannst da gar nicht mehr reagieren, hierhin! Wir haben Einsatzziel Echo erobert! Ja! Greif das Einsatzziel an! Triff! Voll dabei! Da ist ein feinlicher Helikopter! Ja! Klar! Also du kannst keinen schlimmen anderen Panzer! Wenn ich die verkackte Javelin haben! Ey! Habe ich sogar! Natürlich schlägt das gegen die Wand! Alter, ey! Das kotzt doch so an, ey! Panther ist voll overpowered hier! Und wer... ... ... ... ... ... ... fängt der Spiel also wir spawnen die Aze ist saustart ist ein Karabiner wie gesagt in Kurzdistanz ne wird schon noch wer da naja, da mal hier na denkste fängt dich hä? ich wollte das Auto einsteigen ich wollte in sein Auto einsteigen und dann sagt mir das Spiel hier hier ich habe dich ich warte, bleib liegen ach, du bist Versorger, ja dann muss ich nicht liegen bleiben ich dachte mir Sanitäter warum was hast du sonst machen wollen? ja, hätte ich denn den Ausrüst aufheben können, die schätzen können ich habe keinen Defi nein, ich noch gar nicht nein ok ja wie kann das sein, dass ein Albert-Einer in diesem Spiel von hinten geht? das kann es doch nicht sein ich meine, das ist Battlefield wo ist das Teamplay? äh, wie soll der Squad? wo ist die scheiß Rückendeckung, die man gerne mal hat? tja ich meine, da brauchst du schon mehr Leute ich meine, unser Squad ist überall verteilt auf dem Helikopter Jet Panzer jo es gibt schon Sachen, wo sie wirklich teamfähig sind komm, komm, komm oh, schlade da haben haben ähm woher kommst du denn schon wieder? alter, da war es nichts ja da habe ich mich nicht mal angeschaut einen habe ich töten können komische Leute komische Leute hab's doch gewusst dann guck aber hinter hab ich ja, hab ich ja gekillt mit der Rex, one shot muss hoffentlich die Rex freispielen im Fall meiste Munition runter die geht nämlich schnell leer momentan ah ja, hinter uns hinter dir Mark, hinter dir und dann unten ist er, er ist tot glaube ich ja, wo wird er reanimiert, awesome BÄM du warst nicht gezählt ich schmeiße hier Munition runter Mist, das ganze Knicken, die ganze Armee hockt hier ja jep alle, die haben alles hier ja komm, lass mich spawnen ja komm, lass mich spawnen ja Greif jetzt das Einsatzziel an ja, ich hab gekillt mit der Raketen so geil Halt die Fresse da unten Vorsicht, sie schießen von unten nach oben Ja, ich weiß Das war unmöglich Wie der mich jetzt gekillt hat Was? Aha, da unten gammelt er rum 19 zu 24 Nein Da wo ich den letzten Kill hätte machen können Scheiße Ja